Was ist los? Leider auch jetzt wieder der Start in diese zweiten 45 Minuten von Seiten des Erfurter Fanblocks mit lauten pyrotechnischen Dingen. Es brennt auch, sehen wir hier, jetzt erneut, die Feuerwehr ist aber da. Florian Maier schaut sich das Ganze aus der gegnerischen Hälfte, also aus der Hälfte der 16-Rot-Weiß ran und lässt das Spiel weiter.